Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Weiter geht's. Das Dunkel will Wake aufhalten. Okay. Und ich hab schon wieder fast vergessen. Maaan. Dummes Touchzeug immer, ey. Wir können mit dem Auto fahren. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. Auf Subcultured Lake. Es stehen ganz schön viele Autos. Oh, hi Leute. Hm, hm. Bam. Okay. Können wir da an der Seite vorbeifahren mit dem Auto? Ja. Ups. Ja, ja, doch. Aua. Doch, es klappt. Einwandfrei. Ich könnte mir immer die ganze Map nochmal durchfahren, um nachzugucken, ob ich dann irgendwas noch finden kann. Ey, vielleicht können wir da an den Seiten vorbeifahren. Moment. Da lang. Aua. Oh, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wer da durch? Nein, ich glaube, man auf jeden Fall nicht durch. Oh, fuck. Ich bin ganz schön scheiß ausgestiegen. Ah. Scheiße. Schöne Flash geworfen. Trotzdem liegt da noch einer. Alles klar. Haben nicht viel Munition. Das ist ein Sparsamsein. Alles klar. Weiter. Okay. Leuchtfackel. Okay. Ich fand nämlich eine Taschenlampe. Ja, was ist das? Ne, das ist eine Lampe vom Auto. An dem Poltergeist dann vorbeikam. Okay. Oh. Oh. Aua. Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Wie machen wir das, wenn alles hochknallt? Das ist ja schon ein bisschen scheiße. Okay. Nochmal. Wir schaffen das jetzt. Okay. War weiter geradeaus. Was zum Teufel. Wow. Das war knapp. Ich bin schon wieder fast runtergefallen. Oh. Ah. Warte mal. Ich bringe uns das ja was. Wenn nicht, ich erst mal ein bisschen aufräume. Okay. Wir sind ganz schön verwundet. Oh nein. Fuck. Fuck. Fuck, man. Ficken. Oh, man. Ich hasse diesen Part jetzt schon. Da ist mir jetzt der Kugel in dem anderen Ding da. Bei dem einen Part. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Jedenfalls war es genauso nervig. Wenn ich weiß, wie man es machen soll. So eine Tonne kann doch nicht so doll wehtun. Willst du mich verarschen? Was zum Teufel. Jetzt fickt euch bitte mal ins Knie, okay? Ja, klar. Übertreibt's doch mal. Arschlecken jetzt. Und noch einen. Noch. Ja. Schuss mich doch noch weiter weg. So, mit Scheißding. So, weiter, weiter, weiter. Komm, schnell. Oh, warum seid ihr so langsam? Oh, was? Okay, hier. So, das, wir legen auch noch einen genau vor dir. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ah, hat geklappt. Was ist das zu dunkel? Hallo. So, wieder hell werden. Danke. Ich will jetzt hier mal die Ende durch. Ach, da. Alles klar. Oh, ein Auto. Schön. Nervt mich jetzt nicht. Oh, fuck. Das ist da. Da ist ein Auto. Anderes Auto. Oh, nein. Das sehe ich eigentlich nicht so gerne. Andere Autos. Um ja schon auf dem Weg zu bleiben. Scheiße. Oh. Und dann ist das auch noch Monster Truck. Ich wäre es reich. Komm schon. Ist aber gleich kaputt, Mann. Hoch jetzt hier. Oh, ich war es gleich aus. Das heißt, dass wir genug Anlauf haben. Hoch jetzt. Geht doch. Aua. Fickt euch. Mein Gott. Oh, was? Wieso bin ich aus dem Auto raus? Wieso bin ich jetzt aus dem Auto raus? Hallo? Bin einfach mal so aus dem Auto raus gefallen, oder was? Oh, nicht schlecht. Pack der sich erst mal aus dem Auto raus. Jetzt soll ich auch zu Fuß gehen, oder was? Boah. So weit. WTF. Oh, scheiße. Das ist definitiv totaler Scheiß. Das ist das Auto. Geht das Auto? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Ja. Gut. Wir haben jetzt bestimmt schon fünf Autos oder so benutzt, ey. Ist ja auch normal. So. Lichter. Hier müssen wir zu Fuß weiter. Okay. Was ist das? Leuchtfackeln. Okay. Okay. Alter, wie weit ist das denn empfernd? Oh, ne. Oh, ne. So viel Munition hab ich denn auch nicht mehr. So. Haben wir geschafft. Okay. Aber wir Munizierung, auch hier liegt ja schon wieder mit dem Munizierung wie sonst was rum. Auch gut. Ne. Ne. Warte, ich will noch die Fackel... Wieso kann ich die Fackel nicht aufnehmen? Ach, der nicht. Hallo. Ja. Oh. Zack. Schon wieder welche. Nimm die Fackel auf. Ach, der fickt dich. Okay. Oh. Aua. Alles klar. So war jetzt so gut. Man sieht, dass die einen ziemlich nervt. Das nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. So. Neue Manuskriptseite. Die Spur ist dunkel. Das Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines... Ja, okay. So, aufräumen, alles aufnehmen, was wir finden können und wir können mit dem Auto weiterfahren. Yeah, yeah, yeah. Schon wieder ein neues Auto. Das müsste ein Glückstag sein. Er hat so viele Autos schon rumgefahren. Das ist ja unglaublich. Irgendwann müssen wir doch mal da sein, wenn wir was... Ah, guck mal durchwand. Irgendwann ist doch mal Schluss jetzt hier. Und so gibt's ein Auto, wenn wir hier gar nicht lang können. WTF. Das ist mir wohl da... Vorne lang, irgendwo. Ah. Ah. Da hinten. Ah, komm, wir fahren nochmal kurz auf die Straße rauf. Und dann hier lang. Oder? Ja. Okay. Ah, hier steht noch ein Auto. Warum? Hm. Wird schon wieder irgendwas gezeigt. Da lang, da lang. Da lang. Okay, danke, darf ich das jetzt aufwachen? Super, dankeschön. Hier wurde ich gar nicht. Tschüss. Hey. Wie soll ich eigentlich immer zu so ein Atmen? Das ist ekelhaft. Ich mag das nicht. Da schon ja Dosen. Ha, getroffen. Na, wusste ich doch, dass das was bringt. Gut, dann verabschiede ich mich hier mal von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.